Ein erfolgreiches Wochenende und auch diejenigen, die verlieren, die winnen, auf jeden Fall an Erfahrung. Ich möchte mit auch ganz herzlich die Schiedsrichter begrüßen und ganz besonderen Dank an alle Eltern und Betreuer. Ich weiß, dass es hier ein riesen Engagement bedeutet, hier extra nach Ansbach zu kommen, zu den Bayerischen Meisterschaften. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende in Ansbach und möchte mich jetzt auch noch bei unserem Abteilungsleiter und meinem Vorstandsführer Frieder Kröger und seinem Team ganz, ganz herzlich bedanken. Es ist ein Riesenaufwand gewesen, das zweite Mal bereits dieses Turnier, diese Meisterschaften zu organisieren. Darauf hören Sie ein herzliches Dank. Nicht vergessen möchte ich auch den Hausmeister dieser Halle, der das Team von der Tischtennisabteilung ganz wunderbar unterstützt. In dem Sinne, viel Erfolg, schöne, erfolgreiche Spiele und gute Zeit. Und wir freuen uns, wenn wir euch wieder sehen, hier in Ansbach.